Hallo und willkommen bei Schlesien-Journal. Ende Januar war Georg Schirnbeck Mitglied des Deutschen Bundestages zur politischen Visite in Oppeln. Darüber berichten wir in der heutigen Sendung. Außerdem beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Rückwanderung in Schlesien. Doch zuerst zu unseren Infos. Diese goldene Nadel schmückt nun die Büroräume des Hauses der dort polnischen Zusammenarbeit. Mitte Januar wurde das Haus mit dem goldenen Lorbeer für Fähigkeit und Kompetenz ausgezeichnet. Dieser Preis wird jährlich von der regionalen Wirtschaftskammer in Katowice verliehen. Damit wurden unter anderem solche Persönlichkeiten wie Papst Johannes Paul II., Waclav Havel, Lech Wałęsa oder Andrzej Weider gekrönt. Das Haus wurde für seinen Beitrag zur Förderung der dort polnischen Beziehungen und der Integration Polens in die Europäische Union ausgezeichnet. Man kann schon sagen, dass nach den Höhen und Tiefen, die das Haus erlebt hat, ist es gerade irgendwo für mich persönlich die Bestätigung der Tätigkeit der letzten Jahre, wo wir quasi von der Tiefe, in der wir uns da irgendwo gefunden haben, wieder dieses positive Bild des Hauses aufgebaut haben. Der goldene Lorbeer hat für das Haus der dort polnischen Zusammenarbeit einen symbolischen Wert, da es dieses Jahr sein 15. Gründungsjubiläum feiert. Diese jungen Musiker aus Deutschland und Polen standen schon zum siebten Mal gemeinsam auf der Bühne. Am letzten Januarsamstag spielten sie beim Neujahrskonzert des Deutschen Konsulates in Oppeln. Für Konsul Peter Eck ist dies ein Beispiel aktiver Völkerfreundschaft. Dieses Projekt ist ein Erfolgsprojekt, weil man feststellen kann, dass von Jahr zu Jahr das Können der jungen Musiker sich verbessert, dass wir also immer qualitativ höhere Musikstücke hören werden, so auch heute. Gründe zum Feiern gab es genug. Im vergangenen Jahr stellte das Deutsche Konsulat in Oppeln 7.000 deutsche Pässe aus und ab Januar 2013 begann es auch deutsche Personalausweise auszustellen. Der CDU-Abgeordnete Georg Schirnbeck fühlt sich aus vielen Gründen mit Polen verbunden. Er ist Vorsitzender der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe und wegen seines starken Einsatzes für die deutsch-polnischen Beziehungen wird er im Scherz Oberpole des Deutschen Bundestages genannt. Auf Einladung des Abgeordneten der deutschen Minderheit Richard Gala kam Georg Schirnbeck Ende Januar für drei Tage in die Wojewodschaft Oppeln. Das Verhältnis zwischen Deutschland und Polen ist ein besonderes, findet Georg Schirnbeck. Dazu trägt er auch selbst bei, wie er sagt, als Oberpole des Deutschen Bundestages. Ich fühle mich als Interessenvertreter Polens im Deutschen Bundestag. Es gibt viele Dinge im grenzüberschreitenden Verkehr, natürlich die Interessen der deutschen Minderheit, aber auch die von Polonia. Wenn diese Themen kommen, ist Schirnbeck gefordert und Schirnbeck erhebt dann auch seine Stimme. Schirnbeck war vor allem an der wirtschaftlichen Entwicklung der Oppelner Region interessiert. Und er wollte schauen, wie man deutschen Unternehmen in Schlesien zur Seite stehen könnte. Eine Idee hat er schon nach dem Besuch eines deutschen Logistikunternehmens in Krapitz. Da gibt es über diese logistischen Fragen hinaus vielleicht noch viele andere Möglichkeiten, landwirtschaftliche Produktion hier anzuregen. Vor Ort da jetzt wird der zweite Bauabschnitt schon gemacht. Die werden also in kurzer Zeit weitere 6000 Quadratmeter Hallen, Logistik, Lagerfläche schaffen, damit auch neue Arbeitsplätze schaffen. Das ist dort an der Autobahnabfahrt etwas sehr Positives. Georg Schirnbeck überlegte mit Vertretern der deutschen Minderheit, wie man Karlsruhe bei Namslau, einen einst so bedeutenden Kurort Schlesiens, wieder in seinem alten Glanz erscheinen lassen kann. Ich habe zugesagt, ganz konkret, mich um die innere Sanierung der Kirche dort zu kümmern. Und da sehe ich gute Anknüpfungspunkte, dass die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, das ist eine Umweltstiftung in Deutschland, die ein großes Kapital hat, dort tätig wird, um damit zu helfen. Gesprächsthema war auch die Schule in Trägerschaft der deutschen Minderheit in Kosel-Rogau. Zweisprachige Einrichtungen sollten nicht nur Eltern, Lehrer und Schüler der deutschen Minderheit interessieren. Das ist nicht nur ein Dünkel, so nach dem Motto, die Deutschen wollen da ihre Stammeskinder weiter fördern oder so. Das ist natürlich auch ein, meine ich, zulässiger Gesichtspunkt. Aber eigentlich eine ausgeprägte deutsche Sprachkompetenz bei den Polen zu haben, ist das ureigene Interesse der Polen. Und deshalb muss das auch was wert sein. Georg Schörmbeck unterstrich, dass es nicht sein Anliegen sei, den Polen zu sagen, was sie machen sollen und was nicht. Er riet jedoch, das Potenzial der deutschen Minderheit zu nutzen. Dass einige Politiker die Rechte der Deutschen in Polen infrage stellen, versteht er nicht. Es ist doch in den letzten 20 Jahren so viel unwahrscheinlich Tolles passiert. Da kann man sich nicht einfach drüber freuen. Und ich war heute in Karlsruhe, dort in der Kirche. Da hängt auch eine Tafel mit den Kriegstoten. Wollen wir uns nicht endlich die Hand geben und wollen nach vorne schauen und über manches gar nicht mehr reden. Also ich kann nur sagen, manche Mal, wenn ich etwas höre, wem dient das? Macht nur schlechte Stimmung und mich macht es eigentlich nur traurig. Gute Stimmung machte ein Konzert deutscher und polnischer Jugendlicher in Oppeln, das sich Schörmbeck zusammen mit seinem guten Freund Richard Galla nicht entgehen lassen wollte. Obwohl Georg Schörmbeck schon mehrmals in Polen war, war er zum ersten Mal in der Oppelner Region zu Gast. Und diese Region unterscheidet sich von den anderen in vielerlei Hinsicht. Zum Beispiel in keiner anderen Wojvotschaft Polens pendeln so viele Menschen zur Arbeit ins Ausland wie in der Oppelner. So geht hier die Bevölkerungszahl immer weiter zurück. Politiker und Wissenschaftler wollen diesen Trend stoppen und die Menschen wieder in die Region locken. Georg Smuda lebte 17 Jahre lang in Deutschland, doch er kehrte in seinen Geburtsort Kleindöbern zurück. Aber mit einer konkreten Geschäftsidee. Er eröffnete eine Beratungsfirma für Schlesier, die zwischen Deutschland und Polen pendeln. Er rät, will jemand nach Schlesien zurückkehren, sollte er für den Anfang finanziell gut abgesichert sein. Wir haben lange Zeit überlegt, ob bleiben wir in Deutschland oder kommen wir zurück nach Schlesien hier. Und das war auch Zeit, wo habe ich eine Firma gegründet. Zuerst eine IT-Firma und dann war mir auch noch eine als Consulting-Firma. Da waren relativ große Interesse aus deutscher Seite an kleine und mittlere Unternehmer in Polen. Und das hat sich so entwickelt. Immer mehr, immer mehr bin ich in die Geschichte reingegangen. Und irgendwann hat man uns entschieden, wir fahren nach Osten, nach Schlesien und versuchen wir da zu leben. 44 Prozent der Rückkehrer beklagen, dass sie nach Ankunft in Polen Probleme haben, einen Arbeitsplatz zu finden. Das ist das Ergebnis einer einjährigen Studie, die die Oppelner Universität im Rahmen eines EU-Projektes durchführte. Ein Ratgeber mit wichtigen Telefonnummern und Adressen von Institutionen soll da helfen. Der Inhalt des Ratgebers wurde auf einer Konferenz in Oppeln Ende Januar präsentiert. Wenn es um unsere Edukation geht, wissen wir, dass hier die Wiede um sich in der Realität administrativen Beziehungen zu verhindern. Die Arbeitsmigranten brauchen keinen Ratgeber, meint Josef Svaczyna, Landrat von Großstrelitz. Was sie brauchen, ist ein Arbeitsplatz in Schlesien, der ihnen 3.000 bis 4.000 Sorte monatlich einbringt. Doch einen solchen muss man erst finden. Dieses Geld könnten die Schlesier in ihre Heimat investieren. Die deutsche Minderheit will in Kürze in der Stiftung für die Entwicklung Schlesiens und Förderung lokaler Initiativen in Oppeln eine Beratungsstelle einrichten. Dort erfährt man, wo und in was man sein Geld am besten investieren kann. Manchmal sind das Rückkehrer, die nicht mehr so ganz perfekt Polnisch sprechen. Und manchmal haben die auch Hemmungen und gehen nicht zu einer polnischen Behörde, sondern können zu uns kommen. So stellen wir uns das vor. Und wer bereits eine Geschäftsidee hat, dem hilft die Stiftung für die Entwicklung Schlesiens schon heute. Denn sie unterstützt Unternehmer kleiner und mittelständischer Betriebe mit Schulungen und Krediten. Und Georg Smuda und seine Mitarbeiter beraten jeden Mittwoch kostenlos in der Sozialkulturellen Gesellschaft der Deutschen in Oppeln diejenigen, die noch zwischen Deutschland und Polen pendeln. Sie beantworten Fragen zum Thema Kindergeld, Steuervergütung und geben juristischen Beistand. Das Pendeln zwischen den Ländern hat viele Vorteile, aber nicht auf Dauer, meint Georg Smuda. Da kann man die ganzen Arbeitsabläufe und die Technologie schneller kennenlernen und von der anderen Seite Geld verdienen. Und wenn man die neue Kenntnisse und noch Geld dazu hat und nach einiger Zeit kommt man auf jeden Fall mit den Gedanken zurück und will man hier auch was aufzubauen, finde ich eine sehr gute Idee. Georg Smuda bereut nicht, dass er nach Schlesien zurückgekehrt ist. Schließlich ist es seine Heimat. Schlesier, die einen neuen Staat in ihrer alten Heimat wagen wollen, erhalten Informationen in der Sozialkulturellen Gesellschaft der Deutschen im Oppeln in Schlesien. Und das wär's auch schon für heute bei Schlesien Journal. Bis in eine Woche. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017